Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie man ganz einfach nur mit seinem Smartphone sinnvoll zu Hause experimentieren kann. Und dazu möchte ich die Füve Measure App benutzen. Die Füve Measure App könnt ihr euch einfach im App Store runterladen. Und ich habe sie jetzt schon drauf und kann sie einfach starten und dann kann ich auch schon die ersten Experimente durchführen, denn die Füve Measure App nimmt direkten Zugriff auf den internen Beschleunigungssensor des Smartphones. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben rechts einfach mal in die Ecke klicke, dann sehe ich auch schon diesen Sensor. So, jetzt nehme ich einfach nochmal die Messkanäle ein wenig raus, denn einer reicht mir, alles andere wird einfach zu unübersichtlich. Und jetzt kann ich messen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Messung starte, dann das Handy ein wenig bewege, dann sehen wir die Beschleunigung, die das Handy gerade erfährt. Gut, zugegeben, das war jetzt keine besonders sinnvolle Messung, aber ich kann dir mal demonstrieren, dass man etwas messen kann. Was man aber wunderbar damit messen kann, ist zum Beispiel den freien Fall. Der freie Fall ist ein klassisches Experiment, was sie immer mal in der Schule macht. Naja, damit mein Handy nicht so hart fällt, habe ich einfach mal ein Kissen mitgebracht und jetzt kann ich einfach eine Messung starten, indem ich das Handy einfach mal hochnehme, eine Messung starte und es auf mein Kissen fallen lasse. Und was ich dann beobachten kann, ist, dass in dem Moment, in dem das Handy frei in der Luft fällt, ich eine wunderbare Nulllinie sehe. Das heißt, während dieser Zeit ist die Beschleunigung tatsächlich null. Und so kann man einfach zu Hause experimentieren. Und jetzt könnte man natürlich an der Stelle die Messdaten auch speichern und könnte sie dann zum Beispiel an Excel oder Numbers schicken und sie damit auswerten. Was ich damit aber auch machen kann, ist, ich kann jetzt meine Messung, die ich gerade durchgeführt habe, auch zum Beispiel per E-Mail oder per WhatsApp an meinen Lehrer schicken, um zu zeigen, guckt mal hier, habe meine Hausaufgaben gemacht, habe das Experiment durchgeführt. Und so kann man das Ganze ganz wunderbar dokumentieren. So, und wenn ich jetzt zugegeben, das war jetzt ein sehr, sehr einfaches Experiment, aber man kann natürlich auch allein mit dem Beschleunigungssensor schon viel komplexere Dinge machen. Zum Beispiel könnte man in der Oberstufe das Thema Zentripetalbeschleunigung damit machen. Dazu habe ich mir einfach mal meine Handyhülle genommen und meinen Bindfaden dran befestigt. Und jetzt spanne ich mein Handy wieder in die Hülle ein und kann so jetzt die Zentripetalbeschleunigung, indem ich einfach wieder eine Messung starte und dann das Handy rotieren lasse, die Zentripetalbeschleunigung messen. Und das könnte ich jetzt natürlich genau wie in der Schule üblich für unterschiedliche Fadenlängen, unterschiedliche Beschleunigungen machen und so systematisch die Zentripetalbeschleunigung untersuchen. Oder wenn wir an die Uni gehen, könnte man damit das mathematische Pendel beobachten. Das heißt, ich nehme wieder mein Handy und lasse es einfach frei pendeln und kann so das mathematische Pendel direkt beobachten. Und auch hier wieder für verschiedene Parameter wie verschiedene Fadenlängen das Ganze beobachten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass man mit der Füve Measure App ganz einfach schön experimentieren kann.